Ja, hallo, mein Name ist Martin Schröer und ich bin der Komponist von H6, von der Filmmusik. Und ja, ich dachte, es ist vielleicht für euch ganz interessant, mal zu schauen, was ich so alles gemacht habe. Wie läuft Filmmusik eigentlich ab? Also, wenn ich Filmmusik schreibe, dann habe ich immer einen Regisseur als Ansprechpartner. Und das war in diesem Fall der Robert Amper. Ja, und mit dem hat die Kommunikation wirklich sehr gut gepasst. Das war nachher sehr einfach am Anfang. Hat mir so ganz, ganz leichte Startschwierigkeiten. Das ist normal, man muss sich ja erst mal kennenlernen, wir kannten uns vorher nicht. Und das ist ein sehr wertschätzender und freundlicher und höflicher Mensch. Die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich finde auch, er hat den Humor an der richtigen Stelle. Und auf der einen Seite weiß er sehr genau, was er will. Auf der anderen Seite lässt er sich auch auf die Ideen anderer Menschen ein. Also auf meine Ideen, in dem Fall Musik. Und das war sehr, sehr schön und sehr spannend. Und ich glaube, wir haben immer gute Lösungen für alles gefunden. Ein Problem bei H6 war, dass durch das Schneiden einiger Szenen irgendeine Verzögerungen aufgetreten sind. Die sind nicht so schnell fertig geworden. Die mussten gerechnet werden. Das hat viel Power gebraucht. Und da war es nicht in Ordnung. Das heißt, es haben sich viele Sachen verzögert. Und ich habe einige Szenen wirklich erst kurz vor Abgabe bekommen. So, dass mir nicht so viel Zeit bleibt oder geblieben ist, wie ich es gerne gehabt hätte. Denn oft mache ich es so, dass ich gerne, nachdem ich mir eine Filmmusik zu einer Szene überlebt habe und die so notizmäßig angefertigt habe, dass ich vielleicht gucke, ob mir noch etwas anderes einfällt oder ein paar Tage später mir die Szene mit der Musik nochmal anhöre. Das war in dem Fall nicht möglich. Ich musste meine ersten Ideen im Prinzip sofort umsetzen und abgeben. Und mischen und mastern und alles fertig machen. Okay, ich habe jetzt gleich ein kleines Beispiel für euch. Und ich gehe gleich mal rüber an den Computer. Und dann möchte ich euch zeigen, an einer kleinen Szene, wie ich die Vorgaben von Robert umgesetzt habe. Und ich hoffe, das ist für euch spannend. Also, wenn ihr Lust habt, dann bleibt weiter dran. Ja, so, wir sind jetzt am Computer. Und ja, ich möchte euch mal zeigen, was ich gemacht habe, was ich hier alles angestellt habe, damit die Szene schön wird. Und gehen wir gleich mal in Logic rein. Das ist das Programm, mit dem ich arbeite. Da ist der Film schon geöffnet. Ihr könnt es sehen. Und direkt einmal zum Anfang, beziehungsweise einmal schauen. Am Anfang habe ich es sehr klein instrumentiert. Da habe ich ein Klavier, was ein bisschen verfremdet ist. Damit es so ein bisschen nach Science Fiction klingt. Und es ist ja auch eine emotionale Szene. Und da möchte ich nicht zu viel machen. Die Musik darf nicht überdecken, was passiert. Und ich habe noch ein Cello drin. Das kommt jetzt gleich. Kleinen Moment. Das hat ja immer so etwas melancholisches, so ein Cello. Und deswegen habe ich das Cello ausgewählt. Und zusammen klingt das so. Mit dem Dialog. Ich habe den Ton vom Audio ein bisschen leiser gemacht, von der Tonspur. Aber die Szene geht natürlich noch weiter. Noch sehr viel weiter. Und da hat sich der Robert gewünscht, dass wir was Symphonisches haben. Und ich erspiele es euch erst einmal alles zusammen vor. Damit ihr eine Idee kriegt, wie es aussehen wird. Genau. Wie es aussieht. Und dann gehe ich mal in die einzelnen Teile rein, die ich gemacht habe. Damit ihr einen Überblick kriegt, wie ich das zustande gebastelt habe. Vielleicht ist das ja für euch auch ganz interessant. Schauen wir mal. Also, jetzt kommt die Szene, wo sich der Doktor auflöst. Ihr habt sie wahrscheinlich alle schon gesehen. Bitteschön. Und das war schon dieser wichtigste Teil der Szene. Ich bin dann noch mit so einem kleinen Aufbau rein. Die hat man am Anfang nicht gehört. So ein paar Timpani, so ein paar dicke Trommelpauken, die so ein bisschen aufbauend arbeiten. Dann gucken wir gleich mal rein in die Timpani. Wir machen genau das. Oh. Genau. Und dann geht es weiter mit einfachen Schlägen. Damit die, ja, es hat so etwas Kraftvolles. Und es soll ja auch emotional sein, die Szene natürlich. Dann so ein bisschen ein kleines Glöckchen darüber, das Silbrige, weil wir haben das Licht. Damit habe ich so ein bisschen das Licht dargestellt. So in meiner Vorstellung. Natürlich nur im Zusammenhang mit den anderen Sachen. Aber das steht für mich für das Licht so ein bisschen, dieses Glockenspiel. Und als nächstes habe ich dann komplette Streicher. Die habe ich einzeln programmiert. Aber ich spiele euch gerne zusammen vor. Damit wir die einmal im Zusammenhang hören, weil die sind nicht als einzelne Sachen gedacht, sondern als gesetzter Streichersatz. Es spielen alle Legato, also zusammenhängend. Die Töne fließen ineinander über. Das, weil die Szene auch so etwas Flüssiges hat, so etwas, ja. So, der Bass hier unten, den mache ich nochmal alleine an. Der macht so das Fundament zusammen mit dem Timpani, also mit dem Pauken. Den habe ich auch lauter werden lassen. Ihr könnt es jetzt hören. Das wird eine höhere Emotionalität geben, weil die Szene sich natürlich auch ein bisschen entwickelt. Es fängt ja mit so einem kleinen Glitzern an. Wenn wir schauen, nur im Gesicht. Und dann wird es immer mehr. So, damit es so etwas Kraftvolles bekommt, habe ich drei Bläser gesetzt. Trombone, also Posaune zweimal, beziehungsweise Posaune, Bassposaune und Tuba. Und unten habe ich dann auch noch ein paar Holzbläser. Flöten, Oboen, Klarinette, Fagott und Kontra-Bassoun. Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht den deutschen Ausdruck, aber irgendein tiefes Hotblas-Instrument. Die sorgen dafür, dass das Ganze so ein bisschen akzentuierter wird. Und für dieses klassische Gefühl braucht man immer so einen A-Chor. Und den habe ich natürlich auch da reingesetzt. Wird immer mehr. Und noch einmal zusammen für euch. Und dann haben wir zum Schluss noch einen Gong. Und die Streicher klingen aus. Und jetzt habe ich die Musik erstmal ganz weggelassen, weil die Szene hat einen gewissen Humor. Und ich wollte musikalisch aus dem, was wir da jetzt hatten. Also dieses kraftvolle, symphonische. Ja, da wollte ich nicht so ganz mit der Musik aus der Stimmung raus, sofort überblenden irgendwas. Ich wollte jetzt erstmal Platz lassen, damit Schauspiel, damit Dialog stattfinden kann. Es ist sowieso immer so eine Schwierigkeit, wie laut macht man die Musik unterm Dialog. Weil nachher wird womöglich dann alles leise gemacht, damit man die Schauspieler gut verstehen kann. Das habe ich hier einfach weggelassen, weil ich fand, es muss ja nicht immer Musik sein. Manchmal wirken Szenen auch umso besser, gerade wenn vorher was Großes musikalisch war, wenn danach gar nichts ist. Deswegen habe ich hier die Musik rausgelassen. Wir hatten ja vorher was Großes, was Symphonisches. Diese Leuchtestelle. Und deswegen war mir der Gegensatz hier sehr wichtig. Deswegen habe ich gar nichts gemacht. Jetzt geht die Szene aber noch weiter, ein ganz schönes Stück. Erstmal ohne Musik. Und dann kommt ja zum Schluss nochmal so eine ähnliche Szene, wie am Anfang. Und das habe ich jetzt in diesem Track so ein bisschen angedeutet. Indem ich einfach mal die komplette Spur, man kann das hier sehen, das ist das Blaue hier. Das ist eine Tonspur. Die habe ich aus der Szene von dem Erzähler einfach mal dahin kopiert. und an den Robert geschickt und mal gefragt, was er davon hält, wenn ich die Musik wieder verwende vom Anfang. Es ist ja auch schön, wenn man Sachen wiedererkennt. Deswegen war das meine Idee und es gefiel ihm ganz gut. Und wie ich mir das schon gedacht habe, er hat gesagt, ja, aber du musst nachher noch was ändern. Da geht es ja nochmal in ein anderes Thema rein. Wenn ihr euch das Intro anschaut, werdet ihr das sehen. Und deswegen habe ich zum Schluss die Musik nochmal umgeschrieben. Also ich bin nochmal in die Szene 1 rein, habe den Filmteil von hier reingesetzt und habe die Musik von der Szene 1 genommen und dann am Ende verändert. Aber hören wir erstmal den Anfang, weil die Szene ist sehr ähnlich wie die Anfangsszene mit dem Vorleser. Ja, also die gleiche Musik. Wiederholung des Themas. Und ich will ihm ein bisschen mehr Platz geben. Und für dich, der Robert T. Norrit, danke für die Reise. Viel Glück, wohin auch immer dein Weg dich führt. Ein bisschen Melancholie. Melancholie, wir nehmen ja Abschied. Das Buch wird geschlossen. Die Szene ist vorbei, der Film ist vorbei. Wir verabschieden uns von Norrit. Und irgendwas passiert. Und jetzt, an dieser Stelle, habe ich die Musik ausklingen lassen. Bin nicht nochmal neu ins Thema rein. Ihr könnt es gut sehen, wenn ihr euch den Film anschaut. Bin nicht nochmal komplett in das Thema eingestiegen, wie ich es jetzt hier habe. Ich lasse es mal kurz laufen, damit ihr wisst, was hier ursprünglich in der ersten Szene war. Hier habe ich ausgefedet. Und hier kommt ja jetzt die Szene, wo gesagt wird, dass das Raumschiff auf Forschungsreise ist oder so. Und es kommt auf die Szene, wo man dann das Raumschiff sieht zum ersten Mal. Raumschiff Hallender. Und das sieht man natürlich jetzt nicht. Da liegt nur ein Buch. Deswegen passt die Musik zum Schluss nicht. Und ich habe sie einfach wieder rausgenommen. Ja, das war es zur Musik von H6. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Lust habt, schaut auf meiner Homepage mal vorbei. www.d20sounds.com Und da habe ich einiges an Musik, was auch frei anhörbar ist. Vielleicht hört ja auch jemand von euch sowas in der Freizeit. Da freue ich mich natürlich drüber. Ich bin auch auf allen gängigen Portalen wie iTunes und Apple Music und natürlich Spotify mit vielen Songs vertreten. Und man kann sich eine schöne Playlist machen oder mich in eine Playlist mit reinnehmen. Da freue ich mich auch sehr drüber. Ja, zum Abschluss möchte ich sagen, ich bin sehr gespannt. Ich habe den Film auch noch nicht gesehen. Ich habe nur halt ein paar Ausschritte gesehen. Ich weiß nicht, wie alles zusammenkommt. Und ich hoffe, ich kann bei der Premiere dabei sein. Momentan sieht es gerade nicht so ganz günstig aus. Aber ich würde mich freuen, wenn es noch klappt. Dann komme ich an einem der Premiere-Tage vorbei. Und vielleicht kommen wir auch ins Gespräch. Und wenn ich da bin und es geklappt hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Lust habt und mich ansprecht. Damit ich mich euch unterhalten kann, damit ich euch kennenlernen kann. Also, erstmal bis dahin. Macht's gut. Und ja, vielleicht bis bald. Euer Martin. Ciao. Ciao. Ciao.